Hallo, ich bin Annalena Müller und ich spiele die Kunstgeschichtsstudentin Barbara. Barbara ist verlobt mit einem charmanten jungen Mann, der allerdings manchmal auch ganz schön blöd sein kann. Und bestimmt mal so ein Arsch wird wie dieser Eddie da unten. Ich kann mich hier nicht konzentrieren! Echt ey, wir sind die Neuen! Das ist neu. Die sollen dahin gehen, wo sie hergekommen sind, ins Dinoland oder so.